In Paris begrüße ich jetzt Lorenz Beckhardt, unseren ARD-Korrespondenten, der den gestrigen Tag beobachtet hat und das Geschehen weiter im Auge behalten wird. Gestern herrschte eigentlich Einigkeit, wir müssen etwas tun. Der amerikanische Präsident hat es so ausgedrückt. Wir sind die erste Generation, die unter dem Klimawandel leidet und auch die letzte, die etwas dagegen tun kann. Die Unterschiede sind natürlich da. Wir haben es gerade im Film gesehen, die Erdölförderstaaten sehen es anders als andere. Aber der Konsens, es ist Zeit, etwas anzupacken, ist, glaube ich, geschehen. Ja, das ist sicherlich so. Also im Unterschied zu dem Gipfel in Kopenhagen, ich habe seit 2009 als Wissenschaftsjournalist alle Klimagipfel verfolgt, haben wir natürlich jetzt die Situation, dass die Staatschefs nicht am Schluss kommen würden und dann vielleicht für ein scheiterndes Gipfels verantwortlich gemacht werden. Sondern sie kamen am Anfang und sie haben jetzt natürlich den Verhandlern hier in Paris die Botschaft mit auf den Weg gegeben, wir wollen ein Abkommen. Natürlich jeweils unter den unterschiedlichen nationalen Rahmenbedingungen, dass es passt. Aber das ist die Botschaft, die ausgegangen ist. Und insofern herrscht hier so etwas wie vorsichtiger Optimismus, dass das funktioniert. Es gibt freiwillige Absichtserklärungen als Grundlage der Übereinkunft. Aber es ist auch gefordert worden, dass es ein UN-Reglement geben soll, zum Beispiel die regelmäßige Kontrolle über den Fortschritt. Ja, es wird sowas in der Art ganz sicherlich geben. Die EU und die Industrieländer haben ja die Position, dass diese freiwilligen nationalen Selbstverpflichtungen zum Klimaschutz alle fünf Jahre kontrolliert werden sollen. Und dazu muss es natürlich dann auch ein Gremium geben, sowas ähnliches wie vielleicht die internationale Energiebehörde oder die Behörde, die den Atomwaffensperrvertrag kontrolliert. So wird es auch irgendeine UN-Klimakontrollinstitution geben müssen, die alle paar Jahre dann schaut, machen die Länder auch tatsächlich das, was sie zugesagt haben. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das bereits in Paris hier beschlossen werden wird. Es wird auch in den zukünftigen Jahren, das ist leider so beim Klimawandel, weitere Klimagipfel geben müssen. Und da wird dann irgendwann diese Behörde installiert werden. Hier ist natürlich der Streitpunkt zuerst mal, alle wie viele Jahre soll das passieren? Wie gesagt, die EU zum Beispiel sagt Deutschland ganz klar, alle fünf Jahre. Man kann sich vorstellen, die Ölstaaten wollen das lieber gar nicht. Indien, China, die stellen sich lieber einen längeren Zeitraum vor. Was deutlich wurde gestern, ist auch, dass sich die großen Nationen durchaus bereit erklärt haben, Entwicklungsländer finanziell zu unterstützen bei ihren Bemühungen. Ja, das ist richtig. Wobei diese berühmte Zusage, dass ab 2020 in einen grünen Klimafonds 100 Milliarden Dollar fließen sollen, jedes Jahr, die dann an die Entwicklungsländer transferiert werden, natürlich nicht einfach für irgendetwas, sondern natürlich für Klimaschutzmaßnahmen, die dann auch wieder international kontrolliert werden sollen. Diese Zusage, die ist ja nun schon relativ alt, die geht auch noch auf den Klimagipfel von Kopenhagen zurück und auf die dann folgenden Klimagipfel. Die Frage, die sich die Entwicklungsländer aber seit der Zeit all die Jahre stellen und die in Paris auch immer noch offen ist, ist, wo kommt das Geld her? Die Industrieländer sagen, wir haben eine Mischfinanzierung vor, wir wollen natürlich staatliche Gelder, öffentliche Gelder, aber wir wollen auch private Finanzierungen mobilisieren. So steht es in dem Text für das Abkommen drin. Und die Entwicklungsländer misstrauen der Sache ganz einfach, weil sie sagen, okay, über die staatlichen Gelder habt ihr eine gewisse Kontrolle, aber wie wollt ihr die privaten Gelder eurer reichen Bewohner, eurer Großunternehmen, wie wollt ihr die mobilisieren? Gebt uns endlich einmal eine konkrete Idee, einen Fahrplan dafür. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Knackpunkt. Man kriegt die Entwicklungsländer nur ins Boot und zur Unterschrift unter so ein Abkommen, wenn man ihnen klar macht, woher das Geld und wie das Geld zusammenkommen soll. Tja, und das muss bis zum 11. Dezember geregelt sein. Wird es geregelt werden können nach Ihrer Einschätzung? Was wird am 11. Dezember herauskommen? Also die Frage der Finanzierung wird sicherlich nicht abschließend geregelt werden können. Da bin ich mir 100 Prozent sicher. Es ist leider Gottes in der Klimadiplomatie so, dass immer alles erst im allerletzten Moment, wenn man gar keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie keinen zeitlichen Spielraum mehr hat, dass man es dann regeln wird. Also sagen wir, das wird 2019 geschehen. Aber es wird sicherlich eine Formulierung geben in diesem Pariser Abkommen. Und ich gehe davon aus, dass es ein Pariser Abkommen geben wird, die den Entwicklungsländern einen Pfad offen lässt, eine Perspektive gibt, dass sie da zustimmen werden. Es wird ein Pariser Abkommen geben, davon gehe ich schon aus. Aber es wird ein sehr weiches Abkommen sein. Es wird ein Abkommen sein, das wird den verschiedenen Nationen die Möglichkeit geben, das zu tun, was sie tun können. Aber eben auch erstmal nicht mehr. Es wird drinstehen, alle wie viele Jahre das dann kontrolliert werden muss. Und besonders spannend wird natürlich auch sein, es wird wahrscheinlich ein sogenanntes Hybridabkommen werden. Das heißt, es wird einen Kernvertrag geben, den dann zum Beispiel in den USA, die man dann durch den Kongress bekommt. Und die USA werden sehr stark darauf drängen, dass alle die Dinge, die nicht durch den Kongress gehen, weil dort Präsident Obama keine Mehrheit hat, weil dort die Republikaner Klimaschutzmaßnahmen blockieren werden, die wird man in irgendwelche Anhänge dran packen. Das wird eine sehr komplizierte Sache sein. Und da sagen dann wiederum andere Nationen, wenn wir den USA so weit entgegenkommen, dass wir ein Abkommen stricken, das für sie völkerrechtlich so gebaut ist, dass es durch ihre nationalen Institutionen glatt durchläuft, dann wollen wir eine Gegenleistung. Und was wird die Gegenleistung sein? Geld. Lorenz Beckert, herzlichen Dank für die Interpretation des ersten Tages des Klimagipfels in Paris. Danke nach Paris.